Moin! Willkommen in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Wir stehen an der Talstation der Schauenslandbahn. Schauens der 11.9 km, die Männer sich jetzt an der 13.9 km! Kumpel das 8.9 km in der Flute und der Nähe von Freiburg im Breisgau. Die Schauinslandbahn ist die längste Umlaufseilbahn in Deutschland. Umlaufseilbahn bedeutet, das Zugseil, das die Kabinen zieht, läuft kontinuierlich zwischen Berg- und Talstation um. Die Strecke ist rund 3500 Meter lang. Die Talstation liegt beim Dorf Bohrer in der Nähe der Stadtgrenze von Freiburg auf 474 Metern Höhe. Die Bergstation liegt 1220 Meter hoch. Unterwegs hat die Strecke sieben Stützen und eine Spannstation. Es gibt 37 Kabinen. Bis zu 700 Personen können pro Stunde und Richtung transportiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das ist das, das aber auch. Sicher ist das eine Strecke. Die Strecke ist er beim D Texas. Die Strecke ist er. Aufschmerzen auf den Gang. Die Strecke ist er. Aufschmerzen wir uns an. Die Strecke ist der Strecke. Die Strecke ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Schließlich kommt die Bergstation in Sicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal!